Starship-Start am Wochenende? ULA verliert spektakulär Booster-Teile bei 2. Vulkan-Flug. SpaceX-Booster 14 für Start 7 wird flügge. Halbe Crew 9 startet zur ISS. NASA überrascht mit propulsiver Notlandung für Dragon-Raum-Schiffe. Erneut Probleme bei SpaceX-Oberstufe. Das Atemluft-Lag an der ISS wohl schlimmer als offiziell behauptet. China stellt neuen Mondanzug vor. Die ESA mit Hera und die NASA mit Europa Clipper bereiten sich jeweils auf ihren wichtigsten Start des Jahres vor. Und das größte Raumfahrt-Fanfest in Europa startet am kommenden Wochenende in Speyer. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu den Eckrechtsstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Hi, 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 meine Nerven. Vergangener Mittwoch erzeugte die Ankündigung von Sicherheitszonen durch die US-Küstenwache für den 12. Oktober. Einigen Wirbel wird hier gerade der lang erwartete 5. Starship-Flug vorbereitet. Und das ausgerechnet genau am Space Creator Day in Speyer. Aber keine Angst, wenn du nach Speyer kommst, wir würden da natürlich das krasseste Starship-Public-Viewerung auf dem europäischen Kontinent veranstalten. Ja, die sogenannten Notice to Mariners, kurz NOT MAR, werden vor allen Starts ausgegeben und wurden als mögliche Startankündigung interpretiert. Adrian von NASA Space Flight, der kommt ja auch zum Space Creator Day, der hat bei der FAA nachgefragt. Und es heißt, diese Warnung an Seeleute, die auf hoher See arbeiten, die hätten nichts mit einer Startlizenz zu tun. Ein weiteres gutes Indiz, dass es nicht in den nächsten Tagen zu einem Start kommen wird. Die Starship-30-Oberstufe wurde von Booster 12 heruntergenommen und ist wieder an der Produktionsanlage. Auch der sogenannte Hot-Staging-Ring befindet sich nicht mehr auf Booster 12. Ich hatte ja bereits darüber berichtet, dass die Hardware für den übernächsten, den sechsten Flug, bereits getestet wird. Nun hat sich Booster 14 für den siebten, also den übernächsten Flug, in Richtung Messies Testanlage gemacht. Mir ist ein schönes Satellitenbild unter die Maus gefallen, das ich euch nicht vorenthalten will. Die von Airbus gebauten französischen Player des Neo-Satelliten, die haben von der Starbase und dem Fullstack, also da war er noch zusammengesetzt, einen Schnappschuss gemacht, schon dramatisch, wie sich die Starbase in dem letzten halben Jahr, seit wir dort waren, verändert hat. Laut der SpaceX-Live-Berichterstattung zur Crew-9 soll das zweite Pad B ja Anfang nächsten Jahres fertig werden. Das bringt uns zur Crew-9. Am 28. September startete eine Falcon 9 erfolgreich ein NASA-Skronauten und einen russischen Kosmonauten zur ISS. Bevor wir uns das im Detail angucken, da ist ein paar Sachen anders anders. Hier der Hinweis, dass ihr doch gerne ein Abo da lasst, wenn euch der Kanal gefällt. Habe ich letzte Woche mal wieder seit langem drauf hingewiesen und tatsächlich kamen dann dreimal so viele Abos bei rum wie sonst bei den News. Also scheint das zu helfen. Ja, an Bord des Crew Dragon Freedom der NASA-Astronaut Nick Hoke und der Roskosmos-Kosmonaut Alexander Gorbunov. Die beiden sind mittlerweile heil auf der ISS angekommen und werden etwa fünf Monate als Teil der Expedition 72 auf der ISS verbringen. Und dann mit den beiden Boeing-Starliner oder sollte man Star-Flatliner sagen? Ja, also auf jeden Fall den Astronauten zur Erde zurückkehren. Es war übrigens der erste Crew-Start von SLC-40. Bisher wurden ja alle SpaceX-Crew-Missionen von PET-39A durchgeführt. SpaceX hat aber das SLC-40 umgerüstet als Backup für Crew-Missionen, um mehr Flexibilität zu bekommen. PET-39A wird ja auch für Falcon Heavy-Starts verwendet und mit Cargo Dragon, Crew Dragon und Heavy wurde es dann einfach zu viel für das PET. Der Start der Crew-9-Missionen von SLC-40 zum Beispiel, der wurde nötig, weil PET-39A für den bevorstehenden Start der Falcon Heavy mit der NASA-Mission Europa Clipper vorbereitet wurde. Ja, die Crew-Zusammensetzung für diese Mission, die wurde erst im August geändert, als die NASA entschied, die Astronauten Senna Cartman und Stephanie Wilson von der Crew zu nehmen, um Platz für die Rückkehr von Sonny Williams und Butch Wilmer zu schaffen, die ja ursprünglich mit dem Boeing-Starliner zu ISS geflogen waren. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Steuerdüsen des Starliners entschied die NASA jedoch, den Starliner unbemannt zur Erde zurückzubringen. Was bei aller Häme für Boeing ja übrigens problemlos gelang. Schon wieder die Oberstufe. SpaceX hat nach einem Problem bei einem De-Orbit-Burn der Oberstufe während der Crew-9-Mission alle Falcon-9-Starts vorübergehend ausgesetzt. Zwar trat die Oberstufe sicher über unbewohnten Gebiet im Pazifik ein, allerdings außerhalb des eigentlich vorgesehenen Gebiets. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von nur drei Monaten, dass es bei einer Falcon-9-Mission zu einem Problem mit der Oberstufe gekommen ist. Ist ja das einzige Teil tatsächlich von Falcon-9, das nicht wiederverwendet wird und so immer neu gebaut werden muss. Das SpaceX-Statement nach dem Zwischenfall übrigens, nach dem heutigen erfolgreichen Start von Crew-9 wurde die zweite Stufe von Falcon-9 wie geplant im Ozean entsorgt, lebte jedoch eine De-Orbit-Zündung außerhalb des Zielgebiets. Infolgedessen landete die zweite Stufe sicher im Ozean, jedoch außerhalb des Zielgebiets. Wir werden den Start wieder aufnehmen, sobald wir die Ursache besser verstehen. Bereits am 11. Juli, ich hab's gesagt, gab es bei einem Starlink-Start eine Anomalie. Damals führte ein Sauerstoff-Lag bei einer erneuten Zündung des Merlin-Triebwerks zu einem sogenannten Hartstart, der einen Schaden am Triebwerk verursachte. Die Starlink-Mission oder die Starlink-Satelliten, die wurden in einem niedrigeren Orbit ausgesetzt und die traten dann bald wieder in die Atmosphäre ein, genau wie die Oberstufe. Wie lange die Startpause jetzt andauern wird, das ist unklar. Nach dem Vorfall im Juli dauert es 15 Tage. Okay, SpaceX benötigt in solchen Fällen die Genehmigung der Federal Aviation Administration, also der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde, um nach dem Abschluss der Untersuchung oder der Feststellung der Unfallursache, oder dass es halt keine Gefahr für die Öffentlichkeit gibt, die Starts dann wieder aufnehmen zu können. Bisschen zur Unzeit dieser erneute Zwischenfall, denn SpaceX plant ja zwei zeitkritische Missionen. Die ESA, die will am 7. Oktober eigentlich ihre Hera-Asteroid-Mission starten und die NASA plant für den 10. Oktober den Start der Europa-Clipper-Mission. Beide SpaceX-Missionen haben Startfenster, die nur bis Ende Oktober offen sind. Mit über 5 Milliarden Dollar ist die Europa-Clipper-Mission der NASA auch nichts, was man mal eben als Test-Nutzlast mitnimmt. Interplanetare Missionen, die brauchen auch besonders viel Performance von der Oberstufe, beziehungsweise oft Mehrfachzündung für die optimale Flugbahn. Das ist auch der dritte Zwischenfall mit der Falcon 9 in nur drei Monaten. Ende August musste SpaceX ebenfalls für zwei Tage seine Starts unterbrechen. Damals waren Falcon 9-Booster bei einer Landung auf einem Drone-Chip im Atlantik umgekippt und explodiert. Apropos Booster-Landung. Es gab tolle Aufnahmen des landenden Boosters. Gut zu erkennen, dass SpaceX hier mittlerweile auf mehrere Triebwerke bei der Landung geht. Genau, es wird mit dem zentralen Triebwerk begonnen. Dann werden zwei Merlins auf dem Außenrand hinzugenommen und kurz vor dem Aufsetzen wieder nur das zentrale Merlin, das dann auch runtergeregelt wird. Tatsächlich bleibt das Merlin ja selbst im abgeregelten Schub so stark, dass der Booster wieder nach oben fliegen würde, wenn es nicht punktgenau ausgeschaltet wird. Warum ist es sinnvoll, bei der Landung sehr spät und mit so viel Schub wie möglich zu bremsen? Dazu empfehle ich dir mein Video über die SpaceX-Selbstmord-Landung, findest du unten in der Beschreibung. Apropos Thema Selbstmord-Landung. Wie Bill Gerstmeier, Vizepräsident für Flugzuverlässigkeit bei SpaceX, erklärte, das war übrigens früher der Job von Hans Königsmann, können die Super Draco-Triebwerke der Crew-Dragon-Kapsel im Falle eines vollständigen Versagens der Fallschirme bei der Dragon-Landung als letzte Notfalloption aktiviert werden. Ja, und dieser Modus, der wird jetzt auch für die NASA-Mission bei der Landung von Crew 8 und 9 scharf geschaltet. Das heißt, die Triebwerke, die würden die Kapsel am Ende des Abstiegs abbremsen und der Besatzung eine Chance auf eine sichere Landung bieten, selbst wenn die Fallschirme komplett ausfallen. Diese Funktion, die soll aber wirklich nur im absoluten Notfall eingesetzt werden, wenn die Crew sonst nicht überleben würde. Beim Teilversagen der Fallschirme, wie zum Beispiel dem Ausfall eines oder mehrerer Fallschirme, ist die Crew-Dragon trotzdem in der Lage, sicher zu landen, ohne dass die Triebwerke aktiviert werden. Gerade mit den Fallschirmen hatte ja SpaceX, aber auch Boeing im Commercial Crew-Programm echt zu kämpfen. Vielleicht auch ganz interessant, ursprünglich war ja geplant, die Super Draco-Triebwerke generell für eine Landung an Land zu nutzen. Doch SpaceX und NASA, die entschieden sich dann schließlich für eine konventionelle Fallschirmwasserung. Die Super Draco-Triebwerke blieben aber an Bord der Crew-Dragon, um im Falle eines Raketenfehlers auf dem Pad oder im Aufstieg die Kapsel von der Falcon 9 wegzubefördern. Das wurde sogar demonstriert, wenn auch ohne Crew. Auch spannend, dass diese Funktion bei kommerziellen Crew-Dragon-Missionen bereits aktiviert war. Bisher kamen sie bei NASA-Flügen aber nicht zum Einsatz. Bei der NASA-Mission Crew-7 war die Fähigkeit grundsätzlich auch an Bord des Dragon, wurde aber wegen eines fehleranfälligen GPS-Sensors deaktiviert. Apropos propulsiv, also mit Antrieb, die NASA Spaceflight-Kameras, die haben in McGregor, Texas diese Woche die längste Zündung eines Starship-Triebwerks eingefangen. Mit 900 Sekunden, also fast 15 Minuten Raptor-Brennzeit. Zum Vergleich das ebenfalls wiederverwendbare RS-25. Das spielt in einer ähnlichen Leistungsklasse wie das Raptor. Bei Space Shuttle-Missionen haben die drei RS-25 aber nur etwa 8,5 Minuten gebrannt. Ich muss sagen, ich bin ein echter Reisfan geworden, vor allem seit ich den digitalen Reiskocher von Reishunger entdeckt habe. Vorher habe ich mich zwar in der Küche auch ausgetobt, aber Reis, da wollte ich dann doch irgendwo so wie er im Restaurant ist. Und das habe ich halt nicht bekommen. Ja, und jetzt mit dem Reiskocher ist das ganz anders. Jede Reissorte, die gelingt mir da, dank der 7-Phasen-Koch-Technologie super easy. Egal ob Jasmin-Reis, Basmati-Reis, Vollkorn oder Sushi-Reis. Für alles habe ich da halt mein Programm. Und das Beste, der Reiskocher, der hält den Reis warm, bis ich dann mit dem Rest des Essens beim Kochen fertig bin. Gerade wenn ich ein neues Hauptgericht ausprobiere, kann ich so den Reis auf den Punkt halten. Auch wenn ich beim Hauptgericht eben ein bisschen länger brauche. Apropos Sushi, ich habe mich auch daran versucht und war echt begeistert. Dank der Sushi-Einsteigerbox von Reishunger war der Geschmack top und auch die Konsistenz on point. Okay, meine Sushi-Form, an der muss ich noch feilen. Aber ich habe auch halt nicht 10 Jahre wie ein japanischer Sushi-Meister trainiert. Deshalb verschone ich euch hier mit den Bildern, wie es bei mir ausgesehen hat. Was mir besonders gefällt, guter Reis, der schmeckt halt auch pur oder vielleicht nur mit einem Spritzer Sojasauce. Superschnell gemacht und perfekt, wenn es mal einfach und lecker sein soll. Falls ihr jetzt auch Lust auf Reis bekommen habt, mit meinem Code senkrechtstarte, bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte bei Reishunger. Klickt einfach mal auf den Link in der Beschreibung. Der Code senkrechtstarte, der gilt für das gesamte Sortiment. Also schnappt euch den Reiskocher und probiert auch unbedingt den Sushi-Reis und den Jasmin-Reis aus. Wir hatten tatsächlich nur einen Start diese Woche. Die United Launch Alliance, kurz ULA, hat am Freitag, 4. Oktober, ihren zweiten Vulcan Centaur-Raketenstart durchgeführt. Spoiler, der Testflug ohne Nutzlast, der war spektakulär, lief aber nicht wie geplant. Der Start erfolgte um 13.25 Uhr MESZ vom Space Launch Komplex 41 in der Cape Canaveral Space Force Station, das ist in Florida. Ja und vor dem Start, da gab es eine kleine Verzögerung. Der zweite Anlauf, der führte dann aber schließlich zum Start. Etwa 30 Sekunden nach dem Start konnte man beobachten, wie Abgas seitlich aus einem der Feststoffbooster schoss. Hinterher haben wir erfahren, dass es Booster 1 war. Auf hervorragenden Aufnahmen von Max Evans und D-Wise für NASA Space Flight, da konnte man dann sogar sehen, wie die Düsenerweiterung des Boosters weggeflogen ist. Ganz interessant, die ULA erwähnte diesen Vorfall während des Aufstiegs nicht, aber am Ende des ULA-Livestreams sagte CO Tori Bruno, dass sie ein Problem mit einem der neuen GM 63 XL Feststoffbooster hatten. Nach etwa 35 Minuten beendete die ebenfalls neue bzw. überarbeitete Centaur-Oberstufe ihren zweiten Brennvorgang und schloss damit die Hauptphase des Flugs ab. ULA will die Oberstufe noch für einige weitere Tests und Experimente weiter betreiben. Die Mission Cert II, also war ja ein Zertifizierungsflug, war als Testflug angesetzt und trug nur einen Massensimulator und Instrumente an Bord. Ursprünglich sollte der Dream Chaser von Sierra Space starten, der wurde durch ein Massensimulator ersetzt, da Dream Chaser nicht rechtzeitig startklar war. ULA wollte die neue Vulcan-Rakete so früh wie möglich zertifizieren, um noch in diesem Jahr zwei wichtige Missionen für das Pentagon durchzuführen. Zwar lief die erste Zertifizierungsmission im Januar reibungslos, aber das Pentagon besteht darauf, kritische Missionen nur mit etablierten Raketen zu fliegen, die mindestens zwei fehlerfreie Starts aufweisen. Ja, fehlerfrei war dieser Start nun gewiss nicht. Hut ab vor der Raketensteuerung, die trotz des versagenden Boosters die Rakete mit den beiden BEV-Triebwerken von Blue Origin wieder auf Kurs gebracht hat und letztlich sogar die Oberstufe in einen Orbit befördern konnte. Wie es jetzt weitergeht, das wissen wir nicht. Eigentlich wollte ULA 20 Starts in 2025 durchführen. Wie kann es eigentlich sein, dass der fehlerhafte Booster nicht im Flug abgeschaltet wurde? Oder warum hat der Boosterhersteller Northup Grumman den Boosterfehler nicht bei einer statischen Zündung am Boden entdeckt? Das merkst du selbst, geht nämlich nicht. Einmal gezündet brennen Feststoffbooster nämlich bis zum bitteren Ende. In Zeiten von Wiederverwendung ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Feststoffraketen in der Raumfahrt aussterben. An Q-Raketen haben sie meiner Meinung nach sowieso nichts verloren, weil sie unter anderem bei einem Startabbruch in der Anfangsphase ein zusätzliches Risiko für die Fallschirme darstellen. Ich bin ja spätestens seit Polaris Dawn auf einem Raumanzug-Trip. Die chinesische Raumfahrtagentur, die wollte Senkrechtstarter dann zum fünften Kurzzeit ein kleines Geschenk machen und hat mal eben schnell den neuen chinesischen Mondanzug veröffentlicht. Kleiner Scherz, das ist natürlich Mondkäse. Der Mondanzug, der ist aber kein Käse, der wurde wirklich vorgestellt. Der Anzug ist Teil des sehr ambitionierten Ziels, vor 2030 chinesische Astronauten auf dem Mond zu landen. Ich habe mich auf dem DLRK in Hamburg kurz mit Professor Klaas Oldhoff über das chinesische Design unterhalten. Auch er kannte es nur aus dem Video, aber ihm fiel direkt auf, dass dieser Anzug im Vergleich zum amerikanischen XMU im Oberschenkelbereich ein zusätzliches Gelenk haben muss. Denn das würde die für einen Raumanzug hervorragende Beinbeweglichkeit erklären, einschließlich Kniebeugen und Hocken und Bücken. Ja, mein Interview mit Professor Klaas Oldhoff unbedingt schauen. Er ist wirklich ein Raumanzugsexperte. Das Interview macht richtig Spaß. Im Vergleich zu Chinas Fai Tian Anzug für Einsätze an der Tiangong Raumstation im niedrigen Erdorbit ist der Mondanzug leichter und für die Bewegung in der geringen Schwerkraft des Mondes optimiert. Einen Namen hat der Anzug noch nicht, der soll aber in einem öffentlichen Wettbewerb gefunden werden. Chinas Plan sieht wie gesagt vor, bis 2030 zwei Astronauten auf dem Mond zu landen. Die würden dann ähnlich wie zu Apollo-Zeiten jedoch nur ein paar Stunden auf der Mondoberfläche verbringen. Aktuell würde ich eine chinesische Crew-Landung vor 2034 sehr wahrscheinlich halten. NASA und Artemis Programm, no pressure. Die ISS hat ein Leck. Jetzt, wo ich da eine volle Aufmerksamkeit habe, schon relativ lange. Seit 2019, um genau zu sein. Hatte ich auch schon darüber berichtet. Das Leck, das liegt im russischen Segment der ISS, genauer in einem Vorraum des russischen Zvezda-Modul, an dem sich auch der Andockpunkt für Progress und früher ATV befindet. Die NASA versucht, die Bedenken über dieses Luftleck zu zerstreuen, nachdem im Bericht des NASA-Generalinspektors das Leck eigentlich als hohes Risiko eingestuft hatte. Wie die NASA jetzt mitteilt, hätten Reparaturen das Leck um etwa ein Drittel reduzieren können. Man werde aber weiterhin mit Roskosmos zusammenarbeiten, um die Ursachen des Lecks zu untersuchen und zu überwachen. Ja, ich muss sagen, nach der NASA-Kommunikation rund um den Starliner bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, wenn es heißt, es gebe keine Probleme. Bisher wurden keine weiteren Lecks in anderen Teilen der Station festgestellt. Eine Theorie besagt, mit den ständigen Reboosts dieses Docking Points durch die Progress-Frachtraumschiffe sei es zur Materialermüdung gekommen. Richtig krass kritisch ist der Ort, wo das Leck ist, nicht. Die ISS-Besetzung hält nämlich die Luke zu diesem äußeren Knotenpunkt in Zvezda meist geschlossen, um den Luftverlust zu minimieren. Eine dauerhafte Schließung des Vorraums, die ist möglich, könnte jedoch den Verlust des wichtigen Andockspunkts für Progress- und Zvezda-Raumschiffe bedeuten. Gerne mein Video zum ISS-Reboost schauen, da erkläre ich, warum der Docking-Port so gut für Reboost taugt. Der liegt nämlich beinahe in einer Linie mit dem ISS-Schwerpunkt. Der italienische Raketenbauer Avio steht kurz vor der Rückkehr der Vega C. Der zweite Zertifizierungstest des überarbeiteten C440-Feststoffmotor, das heißt die zweite Stufe der Vega C, wurde erfolgreich abgeschlossen. Nachdem Fehlstart Ende 2022 und ein gescheiteter Test im Juni 2023 das Projekt verzögert hatten, konnte Avio mit einem neuen Düsendesign die Probleme laut Hersteller beheben. Durch den erfolgreichen Test des Feststoffmotors, immerhin 7,6 Meter hoch und über 36 Tonnen schwer, könnte der nächste Flug der Vega C noch in diesem Jahr stattfinden. Die wichtigste ESA-Mission des Jahres steht in den Startlöchern. Am 2. Oktober erklärte die ESA, genauer gesagt das HERA-Team, man bereite sich auf einen Start am Montag, den 7. Oktober vor. SpaceX untersucht ja noch momentan die Ursachen des Problems mit der Oberstufe und die US-Luftfahrtbehörde, FEA, die muss ja ebenfalls ihre Untersuchung abschließen und den Flugbetrieb wieder erlauben. Die ESA erhält täglich Updates zum Fortschritt der Untersuchung. Sollte die Falcon 9 vor Sonntag, 6. Oktober wieder eine Starterlaubnis erhalten, könnte HERA wie geplant starten. Das Startfenster mit täglichen Startmöglichkeiten für HERA ist aber auch noch bis zum 27. Oktober offen. HERA soll das Doppel-Asteroidensystem Didymos und seinen Mond Dimorphos erreichen, das ja bereits 2022 von der NASA-Mission DART besucht wurde. Damals kollidierte die DART-Sonde mit Dimorphos, um so zu testen, ob Asteroiden durch einen Aufprall von ihrer Bahn abgelenkt werden können. Das Ganze war super erfolgreich, haben wir uns damals ja auch live zusammen angesehen, war einer meiner liebsten Livestreams, weil dieses Experiment einfach so abgefahren war. Nicht falsch verstehen, HERA ist echt eine coole Mission, aber ich muss trotzdem nochmal den Finger in die Wunde legen. HERA hätte den Einschlag von DART filmen können, wenn die ESA mit ihrem Budget schneller aus dem Quark gekommen wäre. Zu dieser Zeit, da habe ich zum ersten Mal von einem frustrierten ESA-Forscher gehört. ESA, das steht für Extreme Slow Agency. Schade um die bestimmt mega spektakulären Bilder vor Ort vom Einschlag, die es so halt nicht gibt. Forschen kann man mit HERA natürlich trotzdem. HERA wird die Effizienz des Einschlags von DART untersuchen. Dafür wird HERA den von DART verursachten Krater analysieren und den Impuls berechnen. Die HERA-Mission, die umfasst zwölf wissenschaftliche Instrumente und wird zwei CubeSats einsetzen, die zur Untersuchung des Asteroiden aus nächster Nähe genutzt werden könnten. Ja, falls sich in der Nähe des Asteroiden noch eine gefährliche Trümmerwolke befindet, könnten diese CubeSats wertvolle Nahaufnahmen liefern, würden die Hauptmission von HERA jedoch nicht gefährden. Den Geburtstag von Senkrechtstarter, den werden wir am kommenden Freitag, 11. Oktober feiern. Senkrechtstarter wird fünf Jahre alt und es gibt noch eine Handvoll Tickets. Ich würde mich unheimlich freuen, auch dich am Vorabend des Space Creator Days im Speyer kennenzulernen oder dann am Space Creator Day am Samstag. Link zu beiden Veranstaltungen findet ihr unter dem Video. Ja, dass es fünf Jahre werden, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig auch monetär unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und besonders herzlich von mir ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ihr habt das hier alles möglich gemacht. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen Dank. Noch schnell die Starts der kommenden Woche. Aktuell drei SpaceX-Starts angekündigt. Wegen des erneuten Oberstufenfehlers glaube ich noch nicht ganz dran. SpaceX Falcon 9 mit Astroiden-Mission Hera. Das Startfinster, das würde sich Montag, 7. Oktober öffnen. Der Startplatz ist SSC40 in der Cape Canaveral Spacefall Station. SpaceX Falcon 9 mit OneWeb am Mittwoch, 9. Oktober. Startplatz wäre Vandenberg in Kalifornien. Ja, und dann die größte NASA-Mission in diesem Jahr. Europa Clipper in Richtung Jupiter. Das Ganze mit einer Falcon Heavy. Das Startfenster, das öffnet sich Donnerstag, 10. Oktober. Der Startplatz ist das einzige Falcon Heavy-Pad, Pad 39A im Kennedy Space Center. Hier noch einmal der Hinweis auf den praktischen digitalen Reiskocher und alle Produkte bei Reishunger. Auf die bekommt ihr mit meinem Code senkrechtstarter10% Rabatt. Link ist auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns dann am Wochenende in Speyer. Hashtag Team Space. Ich würde sagen, bis dahin. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau. Ich würde sagen, bis dahin.